recht herzlich willkommen zu einer neuen folge project zomboid und zwar zusammen mit dem knolle spielt hallo und dem pausen klaus hallöchen ja wir sind unterwegs in richtung stadt haben wir letztes mal gesagt letzte folge genau genau die beiden bestätigen wir beide gegen die wand gelaufen in die kisten ich weiß nicht wo wir lang müssen ich habe hier noch eine kringfüge verletzung aber naja was soll es wenn ich schon ein hab dann ich bin hungrig wir müssen ja unseren prinzipien auch treu bleiben genau ich sehe gerade ich bin hungrig jetzt in zur stadt oben lang oder unten lang ich würde sagen hier irgendwo hier zum abschied noch mal einmal auf unsere tomaten gucken ja die werden die werden noch reichlich brauchen ja die brauchen auch reichlich deswegen bis wir wieder da sind sind sie dann auch so weit oder was ja dann sind sie da sind sie vertrocknet info tomaten sehr gut bewässert sind immer noch krank wasserstand gut zuletzt bewässert 20 stunden näher nächste wachstumsphase frage zeigen passt wasserstand durstig schicksal weiterlaufen zustand krank krank nein das ist echt der bringer zustand krank nein krank okay wo geht ihr lang da oben ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ich glaube die stadt ist aber nach unten kann das sein ja ja so diese richtung runter gehen oder ich sehe euch nicht mehr ich habe angst der aß reiter hat nämlich eben erzählt dass bei ihm unter dem letzten video jemand komposit hat dass wir überhaupt keine ahnung hätten ja und das stimmt das wollte ich auch gerade sagen also das ist eine gute feststellung dieser kf ach guck mal hier unten war die halle wo wir am anfang drin waren genau da bin ich erst hingewiesen oder meine ich ja ich glaube dann können wir direkt in die stadt gehen wenn man hier links seht ihr das ja klar kohle holzbrett und eisenstange ich habe ich habe ich habe einen schwer oder sowas sperr ist das okay ich habe keine schlitzrauben ein bisschen aus wie ein billiard köh aber ich gucke jetzt nicht näher ran da hatte ich jetzt leider kein bei mir hast du nichts in der hand bei mir hast du nichts in der hand kommen ja ich beide ich habe was in der hand ich habe ein brett aber es ruckelt irgendwie so ein bisschen jetzt holt pausen klaus aus ja das habe ich auch gesehen ich weiß aber nicht wie man das holt steuerung immer gerade aus weiter oder ich muss erst mal meinen rücken kratzen ich mache mir sorgen ich habe ein nudelholz ausgerüstet fällt mir gerade so ein block oder schon die straße recht ich sehe sie nicht große muss man auch so man kann noch weiter raus so machen ich war schon zu sehen ja okay das ist aber wenn du sonst wo jetzt runter gehen links ja links und da also rechts was wenn er in laufrichtung guckst du so rechts soja in laufrichtung okay bleib stehen was ist los hast du angst ich wollte nur gucken das problem ist hast du irgendwas gewittert das problem ist dass ich ja nicht sehe wer hinter mir läuft ach so ich bin da ja aber nicht uns jetzt hier treffen da hat sich gewütet sollen wir da ich glaube das waren ass und ich als wir uns gesehen haben wenn wir uns sehen schlagen wir an der tod alles klar haben wir irgendeine taktik wenn wir in die stadt rein laufen oder alles plan oder alles töten was wir finden und alle zombies mitnehmen ist der kf super oder was hat er wer war das kf super ja sowas war ich glaube die die bretter die du oder einer hand hast oder das brett was du deine hand hast das hält nicht besonders lange hast ja okay ich habe noch einmal mit ich habe zudem noch eine kelle antidepressiva dosen öffnen kann man das hier ist ja effekt und ich sehe zum bandagen könnte man vielleicht auch mal um die geradeaus fünf zombies okay dann gehen wir auf zu los sechs zombies ja scheiße zu viel die haben es von überzahl ich gehe oben müssen was hochlocken oder so und immer drauf treten wenn sie auf dem boden die ich muss weg bin schon verletzt glaube oder solltest oder kommt noch meine 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 oben ich muss man drücken linke maustaste oder steuerung ich muss mir mal gerade eine axt nehmen weil meine ist schon kaputt also irgendwie hat er nur panik wieder ist klar und gegen die zombies ist gar nicht so einfach doch klar du musst ihn auf den boden schmeißen dann sind die einfach wo jetzt blutig schon wieder ich glaube ich hau mal ab die sind mir zu gefährlich ich schaff's wieder nicht ist klar na also irgendwie dass man brett funktioniert auch nicht so gut glaube die weißen sich glaubt fest na vor allen dingen wenn es mehr als zwei sind hat man ist doch schon keine chancen da muss man natürlich schnell weg stellt euch mal nicht so an hier ist in einer apokalypse und da kommen ja mehr scheiße wie weg und nicht dahin aber die beiden haben sie immer haben wie niedlich ich glaube wir haben da irgendwie keine schnitte lauter blut hier und mehr auch nicht oder kann das sein ich glaube ich bin auch total verletzt wird echt ich habe auch schon relativ viele getötet wahrscheinlich ich schub sie auch nur weg also wir dürfen uns nicht gegenseitig hauen ich glaube das ist schlecht so kommen wir sind jetzt kaputt shit warte ich komme die helfen hast du gerade den hammer aus so ist nicht machst du hast in ruhe sonst kriegst du eins mit der axt zu sau ich spiel hier baseball mit nudelholz finde ich auch lustig so jetzt habe ich doch tatsächlich getroffen aber ich bin auch tot scheiße was ich habe geringfügige schmerzen ich verletze geringfügige blutung du bist ein tag ich bin okay ich habe mich getötet super ich habe mich getötet ihr seid voll schlecht ihr seid voll schlecht bei video spielen geht gar nicht mit euch so nächste aufgabe euch suchen oder wie ist das die haben ja auch nichts dabei ich mach mal jetzt mit auswahl verbinden sonst steht aber auch magazin oh das seht ihr dann alle gleich in schwarz wo waren wir muldrow muldrow oder west point muldrow muldrow glaube ich gut hoffe ich und noch ein magazin das wird immer besser hat sich schon richtig gelohnt die zombies um zu kurz das ist ja echt doof jetzt ne ich würde sagen knolle wir gehen mal in die schlappe und versuch mal den pass abzuhören da ist ein tippfehler drin männlich jetzt hat er wieder neuen namen gemacht du glaubst es doch nicht wieso kann ich die türen nicht einschlagen ich habe eine axt ich untersuche dich mal gerade medizinisch schuhe du musst meine bandage um ich habe keine ich habe keine er bewegt ich nicht entschuldigung hast du mich spanagiert ja ich habe extra welche mitgenommen ich habe mitgedacht ich habe geringfügel schmerzen und geringfügel schwarz das ist die endzeit so ich bin wieder drinnen dann super super habe ich auch gerade gedacht ne halbe folge und tod jetzt ruft mich noch jemand bei skype man egal ich gehe mal attackieren irgendwie so ja auch noch das ich komme so hinterher ich bin etwas schwerer beladen jetzt hat es aufgehört alterzeitung so alkoholtupfer bandage schon bettablocker brauchen wir die chirurgische nadeln dass er hier jetzt wirklich für den arzt das beste war desinfektionsflasche mit desinfektionsmittel pink setter warum fällt mir nicht um was ist das wenn ich weiß nicht manche fallen um manche fallen nicht klebe verband alkoholtupfer ich nehme alles mit und weg mit ich habe in der achspraxis gespornt wie cool ist das denn ja alkoholtupfer antidepressiva und da sind ganz viele lasst man davon weg die laufen nicht vorhin die laufen wahrscheinlich zu leicht solche kann ich nicht ganz viel soll ich mal meine schrotflinte rausholen ja ich glaube nicht dass das eine gute idee ist weil damit loggst du alle an aber guck mal wie viele da unten sind das wäre das spiel hatte mit mir eine einsicht das hat mich in einer arztpraxis respawn oder sind echt viele ich muss was tun knolle geht mit der schrotflinte auf die zombies los das muss ich mir angucken ich so mal ein bisschen rein das wird ein lustiges spektakel oder alles ich habe nur noch drei und weiß ich mal gar zehn magazin habe ich noch trinken ist immer gut was was viele mal ankommen das war gut ich meine es ist zwar eine totale verschwendung hier alles aber vorgott wir sollten laufen ich habe aber kein puste mehr gleich ich auch nicht ablegen ablegen okay ich habe die abgelegt vielleicht kann ich jetzt besser laufen ja mein inventar sagen dann komm lass uns hier unten und lass uns die hier unten was hier unten was heißt die straße weiter runter ach so ich ziehe ja mal alle mit mit rum hier so ein bisschen macht ihr richtig so highlife da oder was ich habe mich hier rumlaufen es sind so viele dass mein bild so ein bisschen ruckelt jetzt auch gerade eine relativ schlechte verbindung ich weiß nicht ob es an den zombies war aber ihr wart mit dem ton nicht so gut also bei mir ist alles okay alkoholtupfer also mit so viel habe ich dann noch nicht gerecht auf schmerzpillen und vitamine wieder ich schwede alkoholtupfer bandagen er lauft nicht so viel schlaftabletten vitamin c äh vitamine wo bist du denn ach da okay alles klar ich bin recht hinter dir guck mal die da unten das wäre auch wieder so ein schöner schrotfländer mach dir lieber sorgen um die haben das gar nicht mehr mitgekriegt ich weiß nicht die taubere sind meine güte ist das cool wie konntest du noch mal laufen und nach hinten gucken steuerung und dann nach hinten gucken moonwalk denn dann kann sie mal ganz kurz nach hinten gucken dann siehst du alles was hinter dir ist die frage ist ja lassen die auch irgendwann mal wieder von uns ab oder ja auf jeden fall sobald sie uns nicht mehr sehen die hinteren lassen glaube ich schon halt das sind echt viele zombies hier ne super ja egal jetzt sind es halt auf einem fleck wo seid ihr die straße runter die straße weiter runter okay sollte ich dann weiter hoch gehen oder was hast du nur für eine straße eine mit einem orangen durchgezogenen linie habe ich jetzt und hier ist open steht da ein geschäft aber scheiße da sind auch so viele zombies nach ich würde ja immer gerne mal die haben schon die die haben schon alle ganz die haben schon alle nachgelassen wenn man so sieht ja es war lustig es hat sich gelohnt was liegt denn hier auf der straße und ich habe mich gleich verletzt das müsste ja ja hier waren wir oder ich glaube hier war ich ist auch ein zombie gleich drinnen ist klar hast du und ich waren hier so ja die klettern alle über den zaun und klettern wieder zurück ganz schlau okay ich gehe mal hier an die seite wir sollten uns aber wir sollten vielleicht mal versuchen irgendwie ins stadtinnere zu gehen knolle oder wenn sich das bietet ja jetzt sind nur noch irgendwie drei zombies hinter uns und die von der seite halt okay sollen wir hier unten mal reingehen in die straße oh speiseeis ist doch lecker speiseeis ja bestimmt so von vor zwei jahren oder so ein zombie steht ja nicht wahrscheinlich den lieben oder ja ich muss noch eine waffe ausrüsten okay das muss ich über irgendwie mal anlegen so bringen dabei jetzt noch so wie ich immer war ein zaun klettern vier ja mach mal wie klettern man so rechtsklick glaube ich so bandagiert bin ich erst mal nee glaube ich ja wenn du in der forsch ist ein zombie steht im walde die tür ist abgeschlossen das hier unten durch die bäume ganz basketball wir sind zwar in der zombie apokalypse aber für basketball ist glaube ich zeitlos ich habe keinen ball dabei tja hier sind lauter häuser wir haben welche bei uns im lager und da ist eine hütte das ist ein zombie wo ist eine hütte das ist keine hütte was ist das ach so hier du meinst dieses lagerhaus hier was immer das auch darstellen soll das meine ich ja jetzt hat er die zugemacht und ich bin raus der weile geklappt na also ich glaube das nudelholz ist doch immer noch die beste variante jedoch weg jetzt hier fall doch endlich mal um wieso geht die tür nicht zu während ich drinnen bin das ist nicht wahr oder so direkt der nächste küchenmesser primär ausrüsten streichhölzer aber essen essen ist gut ne essen wir super ja erbsen schmelzkäse jetzt habe ich mir wege tofu von ihnen kommen auch lass uns mal weg von ihnen kommen auch noch zwei drei vier fünf sechs deine achse ist zu laut das wissen wir jetzt aber der ist aber ganz schnell hier ist auch schlips erst mal direkt an erst mal direkt hauen da kommt die oma aus da unten sind immer mehr ich weiß nicht aber das gefühl wir haben die falsche ich habe den falschen weg genommen ich kann schlöchern ich auch nicht oh die waren ganz schön schnell da oben die gang von den vier die gang die gang und der eine das ist so ein opa der ist kann doch nicht sein dass ich die tür nicht zukriege oder rechtsklick zur not auf die tür ja mache ich ja aber da kommt kein symbol dafür komischerweise ok kommen wir versuchen hier rein zu gehen da sind die fenster verschlagen macht das sinn ist aber auch noch das glas entfernt durchklettern also ich weiß nicht wie ich die tür aufbringen soll da geht es noch eine tür für anfänger ich lote das haus oh hier ist ganz viel essen ich habe ein haus gefunden wo was drin ist ohne brauchst du Hilfe dann geh weg schließe die tür gut lachs schweinekotelett hört sich gut an dosen das ist gut was hatte ich hier gerade fertigpopcorn das hört sich auch gut an so ich bin jetzt in einem haus stromata brokkoli hammer hammer als waffe das ist auch cool primär ausrüsten so jetzt kann ich eigentlich immer was fallen lassen shit jetzt habe ich ein licht ausgemacht finde den schalter aber nicht mehr so ein scheiß so ich geh mal duschen und das klo apokalypse erst mal duschen gehen quietsche entchen make up laken laken ist gut das ist ein bleichmittel das ist ein bleichmittel ob man macht durstig und badetuch ja das ist auch wichtig so wie schaut es aus ja wir sind relativ sicher glaube ich im Moment und wir müssten glaube ich so langsam mal die Folge Pause machen genau deswegen ja dann würde ich sagen war es das mit dieser Folge und wir würden uns freuen wenn ihr wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid genau bis dann tschüss tschüss